Andreas Gabalier und Andrea Berg werden in einer Spezialausgabe von Wer weiß denn sowas XXL ihr Quizwissen unter Beweis stellen. Andreas Gabalier, er sorgt mit Andrea Berg für Schlagerpower bei Wer weiß denn sowas XXL. In den großen Samstagabendshows von Florian Silbereisen, 42, und Giovanni Zarella, 45, steht die Präsenz der Schlagerbranche an der Tagesordnung, nicht aber in den großen Quizshows im deutschen Fernsehen. Dies wird sich aber bald ändern, denn Andreas Gabalier, 38, und Andrea Berg, 57, werden laut der ARD demnächst an der Spezialausgabe Wer weiß denn sowas XXL der beliebten ARD-Show teilnehmen. An der Seite von Bernhard Höcker oder Elton werden die beiden Musiker sich versuchen in der von Kai Pflaume moderierten Sendung zu behaupten. Wie Berg und Gabalier sich schlagen werden, wird wohl am 28. Oktober im 1. zu sehen sein. Andreas Gabalier, für ihn ist es bereits das zweite Mal. Für Andrea Berg ist es das erste Mal, dass sie bei Wer weiß denn sowas XXL vor die Kamera tritt und ihr Quizwissen unter Beweis stellt. Schlagerkollege Andreas Gabalier war bereits 2021 in der Sendung zu Gast. Damals war das Fernsehpublikum von dem Sänger alles andere als begeistert. Damals hagelte es bittere Kritik auf X, ehemals Twitter, wie beispielsweise. Wieso lädt die ARD Andreas Gabalier ausgerechnet in einer Quiz-Sendung ein, wenn der sowieso keinen Bock darauf hat? Was soll das denn schon wieder? Gabalier, euer Ernst, die ARD übertrifft sich noch täglich im schwierige Gäste-Einladen. Ein Tag Jan-Josef Dings, nächster Tag Andreas Gabalier, wer kommt denn dann morgen und übermorgen noch vorbei? Oh je, hoffen wir mal, dass Andreas dieses Mal besser ankommt. Neben Berg und Gabalier soll außerdem noch Berg-Doktor-Star Hans Siegel bei Wer weiß denn sowas XXL mit von der Partie sein.